Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, jetzt willkommen in einer Folge von Wohlong, Fallen Dynasty. Ich habe ja gestern das Dorf ein bisschen untersucht und wir haben einiges in der Spiele machen können. Ich habe ja so einen alten Herren gesucht, weil ich vom Kollegen weiß, dass man dort die Skillpunkte umverteilen kann, aber das habe ich dringend nötig. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und gemerkt, ich muss die nächste Mission erledigen und erst dann kann ich das machen. In diesem Sinne, gehen wir jetzt zum Berg und machen diese Hauptmission. Und dann kann ich meine Skills zurücksetzen. Also, let's go! Der Tan-Juan-Berg. Mit Hong-Jing verbündet. Okay, dann mal ab an die Standarte. Einfach zum Ausruhen. Kann ich jetzt hier... Jetzt kann ich es verwenden, okay. Mal 1600 Key bekommen. Nee. 1100. Bambus hier mal zerstören. Schön langsam. Ja, okay. So viel zu langsam. Hey, 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 hey. Sag mal. Dreh der komplett durch hier. Der Bursche. Die ist auch schon wieder tot. Ist aber schön, wenn sie das Gefühl hat, wenn ich da bin. Ich bin schon tot. What? Was ist mit diesem Scheiß-Jäger los? What the fuck? Oh mein Gott, das kann ja was werden, du. Na, das kann ja was werden, ha? Müsst du ihn irgendwie von hinten angreifen können. Ja, genau. Lauf du wieder nach oben. Ich komm schön langsam. Ja, scheiße, ey. Ja, okay. Na, komm. Schieß mal so eine Brand-Bombe, was auch immer. Ich verarschen. Mal auf auszuweichen hier. What the hell? Ich bin schon wieder tot. Ist jetzt 20 Minuten lang gegen diesen Scheiß-Jäger kämpfen, oder wie haben wir es? Jedes Mal, wenn ich sterbe, aber wenn ich den besiegt habe, muss ich wieder gegen das Ding kämpfen. Ist ja geil, ha? Super. Wirklich. Come on. Jetzt aber. So ist doch gut. Da oben ist wieder so ein explodierender Igel, oder was auch immer das wieder ist. Aua. Kermann. War das geil gemacht von mir. Wache erfolgreich, Motherfucker. Ah. Da hinten war noch einer, oder? Kleiner Brocken war es... Oh, scheiße. Das ist wirklich nochmal einer. Oh, boy. Ja, komm. Ich erledige ihn. Let's go, let's go. Ja, mach das mal kaputt. Und zack. Guter Damage. Was macht er jetzt? Keiner weiß... Oh. Sag mal. Komm mal hier. Das hab ich ja nicht gerade. Ja, Mann. Also, eins muss man dem Ding lassen. Die sind sehr bursche, die. Na, komm. Help you out. Warum sollte ich... Warum sollte ich dir aushelpen? Kann ich hier machen? Markierungsflagge. Okay. Cool. I guess... Kann ich die von hinten angreifen? Nein, ist die Antwort... Wobei. Die Antwort wäre wahrscheinlich doch... Ja, ich kann sie angreifen. Die darf mir aber nicht bemerken. Hey. Hey. Sehr gut. Okay. Gut. Fragment, wahres Key. Ich will hier einfach ein bisschen rumgucken. Vielleicht finde ich hier noch ein paar... ...coole Sachen. Alter. Sag mal, hackt's. Perfekt. Bin tot! I'm dead. I am dead. Ich muss wieder gegen die beiden Dinger kämpfen. Ach, wow. Kann ja von hier aus... ...du und dahin gehen. I don't think so, oder? Ah, doch. Sag mal. Bissi, Junge. Ah, nee. Das ist einfach... ...dekorativer Knoten. What? Okay. Warte mal. Ah, machen wir. Nehmen wir mit. Okay. Ah, nee. Warte mal. Ne, doch. Ah, der scheiß Tiger ist wieder da. Ja, okay. Ja, gut. Erledigen wir ihn halt nochmal. Na? Ja, man. Sehr gut. Brav. Okay. Sag mal. Nein, jetzt hab ich meinen Key verloren. Alter, was sind das denn für Angriffe, die der da macht? Sag mal, hackt's? Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch alles nicht, ey. Wirklich. Ja, komm jetzt. Verdammt nochmal. Oh. Ja, gut. Perfekt. Was macht er jetzt? Pass das jetzt langsam mal. Jetzt hau einfach drauf auf das Ding hier. Oh. Ja, Rache, erfolgreich. My ass, ey. Rache, my ass. Jesus fucking Christ, ja. Der ist auch wieder da. Natürlich. Okay. Ja, dann. Hau drauf auf die Bestie. Und drauf. Okay. Fuck. Ähm. Weißt du was? Oh. Aber damit ich mich heilen kann, okay? Hör mal auf mich hier aus meinem Heilkreis. Zustoßen, Mann. Abbissen kannst du dich. Perfekt. Bitteschön. Arme, Junge. Ja. Sehr gut. Ist sie da wieder dran? Ja, Mann. Okay. Sehr gut. Der Wolf oder was auch immer. Der soll auch weg. Ja, nicht da. Warte mal. Okay. So viel Damage war es jetzt auch wieder nicht. Na, komm. Wehe, die tötet mich jetzt, ey. Könnte ich ja mal gar nicht akzeptieren, du. Sage, ich hätte einfach hier durchlaufen können. What the hell? Ja, okay. Na gut. Äh. Ist da der wieder? Ah, fuck. Falsche Taste gedrückt. Okay. Zu früh gedrückt. Sehr gut. Sag mal, was ist denn sein Scheißproblem, ah? Ja, could you help me out? Sag mal, hakt's. Perfekt, da. Wirklich. Hier. Ja, da. Mach weg die Scheiße hier. Komm jetzt. Schlag doch mal zu. Oh. Ja, Gott. Meine Güte, du. Ja, beruhig dich doch. Du lebe. Ja, bitteschön. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, meine Liebe. Standarte aufstellen. Sehr gut. Jesus Christ, ey. Das war ja mal was, ha? Das war ja was, da. Duvenaufstieg liegt noch nicht drin. Zu viel Key verloren dafür. Ja, gut. Eck da los. Ringknaufsäbel. Look carefully. Ja, ein Affe. Gut, oder? Nehmen wir das hier. Ja, geh auf sie. Das ist in Ordnung. Hoppala. Wunderbar. Erledigt. Gut. Gehen wir hier. Mit Ruhe, mit schwerer Kavaleriesperr. Ja, der interessiert mich dann halt eher weniger, dieser Speer. Fragment, wahres Key. Super. Ach, shit. Guck mal da oben. This could be a challenge, sagt sie. Ja, das, äh, scheint mir so, ha? Perfekt. Sag mal. Hallo. Wow, die sind ja auch wieder hier. Ne, 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 du. Aber sowas von weg hier. Ausruhen. Meine Güte, du. Oh, Mann, ey. Ja, gut. Ähm. Gehen wir wieder hier durch. Oh, gut abgewählt. Auch gut abgewählt. Aha. Und meine Jade ist wieder aufgebaut. Das ist, äh, noch besser. Komm mal her, hier. Aua. Perfekt. Na, komm. Ah, sie ist schon tot. Okay. Gut. Komm mal den noch weg. Na, jetzt muss ich das blöde Biestaube mit erledigen, ha? Heil dich mal. Wait a minute. Ach, shit. Sag mal. Ja, jetzt brennt er wieder. Oh, aber ist schon kaputt. Ah. Und explodiert ist er auch, aber zum Glück nicht in mich rein. Ja, sehr gut. Dann ist der Kleine hier noch dran. Perfekto. Ähm. Oh, Entschuldigung. Warte, waren nicht hier die Standarte? Ach doch. Bin dran vorbeigelaufen. Na gut. Äh, aber warte mal. Kann ich noch einen Stufenaufstieg machen? Tatsächlich. Ähm. Mal was Holz rauf, komm. Holzkraft. Wunderbar. Okay. We got it. Dann müssen wir den hier halt nochmal schnell. Kalt machen. Easy peasy. Dann den Affen hier, na? Sehr gut. Na, komm. Mach was. Ey. Aber nicht sowas. Komm jetzt her. Sehr gut. Alter. Jetzt hau drauf hier. Muss ich mich halt einmal heilen, aber das ist okay, I guess. Ähm. Problem ist jetzt halt. Ich muss irgendwie. Die kleinen Dinger da zuerst erledigen. Bevor der große Tiger kommt. Okay. Sehr gut. Come on. Weil ich will nicht gegen vier Gegner auf einmal kämpfen. Perfekt. Eine Beziehung zu Hong Jing hat sich vertieft. Aha. Was ist denn das da unten? Hyänen oder was? Keine Ahnung. Lass auf, lass auf jeden Fall, ähm. Den da mal erledigen. Ah shit, das kann ich nicht. Dann machen wir das giftige Messer mal. Come on. Ach fuck. Okay. Ah fuck. Na komm. Fuck. Okay. Heilen. Danke. Wenn ich den besiegen kann, kriege ich eine Standarte. Come on. Ja, geh auf sie. Das ist in Ordnung. Fuck. Nee. Keine Zeit zu helfen. Ich muss den den erledigen. So. Lala. Geht doch. Oh. Einiges an Loot noch bekommen. Okay. Rang drei Stahl. Uh, das kann ich brauchen, um meinen Stangenpodao zu verbessern. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann, Standarte aufstellen. Come on. Bam. Perfekt. Ausruhen. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Liegt noch nicht drin. Bisschen früh, hm. Warte mal. Ruhe dich nochmal aus. Ich nehme mal einen anderen Zauber mit. auch wenn ich die so gut wie gar nie benutze, aber nehmen wir einfach mal keine Ahnung die Schockwelle, komm nein, warum rufst du dich jetzt schon wieder aus? Ich hab doch gar nichts gedrückt okay dann machen wir doch morgen weiter, das ist für heute Schluss, ich sage danke fürs Zuschauen und habt einen schönen Tag, macht's gut tschüss